Ich bin die Lehrte Chemifägerin, arbeite jetzt im Service bei der Firma Elko und mache den Service bei den Gasheizigen. Ein paar Sachen melde ich in unserem Büro an. Da habe ich schon ein paar Termine, sagen wir zwei am Morgen. Und sonst, wenn ich etwas spontan finde oder sehe, dort habe ich noch eine Lücke, dann rufe ich selbst an. Auf meinem Tablet habe ich meine Liste mit meinen Kunden. Da kann ich einfach anrufen, fragen ob ich vorbeikommen darf und dann kann ich so einen Termin abmachen. Das Schöne auch im Beruf ist die Abwechslung. Ich kann die kleinen, feinen Sachen mit Kabel neu verdrahten oder Steckern wechseln. Ich kann aber auch die grossen Sachen mit Wärmedusch auswechseln oder ein Rohr neu einbauen. Man arbeitet alleine, gibt aber auch Sachen, die man vielleicht zu zweit ist. Und man hat eben den Kundenkontakt. Aber wenn man am Arbeiten ist, ist man doch alleine und hat seinen Frieden. Also ist wirklich vor allem etwas dabei. Ich war schon als Chemifägerin immer Freude an den Elko-Heizungen. Weil man einfach ganz klar gesehen hat, was wo ist und nicht, dass irgendwo noch etwas versteckt ist. Und dann bin ich dann auch froh, ob ich zu Elko gehen konnte. Das ist traurig. Das war ich. Das war ich. Das war ich. Ich habe mich. Das war es.